und wir fahren weiter die Portilgarden kann nämlich übrigens auch noch später ein zweites Portal öffnen damit das Spiel ist richtig cool bis dahin ist er hier so ein bisschen Barabbana Sie sind gar nicht schlecht Dankeschön ich bin ich echt gut dass du mir sowas sagst ähm Flupp ähm Flupp äh nee so äh Wichtiger Test-Arparats verstört Tut mir leid ich könnte sagen ich war es nicht aber tja das wäre hier los so äh hier Radio und so wo sind das hin? Da! Ups äh nee das ist die das ist in die Stadt Radio hier haben wir die nächste Übertragung aus dem Weltall oder wo auch immer her wo hab ich den Cube jetzt gelassen? ach da unten na na wirst du wo da durchgehen so jetzt mal den Cube auf das Feld legen und auch das war wieder sehr gut Dankeschön als Teil eines festen Test-Protokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht Sie sind dort ganz auf sich gestellt viel Glück hoffentlich schaffe ich das oh das ist sogar das falsche Tür hier ups da drüben muss ich hin die 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 ich werde es für eine mitnehmen die 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 der Fahrstuhl macht mir zu wenig Musik steht eigentlich auf meiner Portal dann drauf ich werde Aperture Laboratories � Wenn ihr mich nicht überwacht, muss man das gucken. Ich komme nicht runter. Äh... Ich sehe jetzt gerade immer noch kein Radio. Bisschen ungeil. Kaccioing! So, äh, 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 äh... Das andere Cube... Und da ist das Radio! nicht so hochgeschossen intelligent von mir lauf mal kurz alles ab hier ist die nächste Übertragung zwischen acht von 26 Übertragungen die man haben kann oder acht von 26 Achievements das weiß ich nicht nicht so Achievement geil als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage dass diese Kammer nicht überwacht wird eine reine Lüge ja wenn ich nur gelogen und betrogen als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3 2 so und auf ins nächste mit dem Aufzug jetzt wo ich mir das gerade zu überlege wenn wir in jedem Level nach oben fahren wie riesig ist dann das Gebäude Gebäude? Gebäude meinte ich tschu das ist ganz schnuckelig ganz easy da habe ich jetzt auch keine Lust mehr wo ich die Tür nachsehen ich bin noch nie was soll denn das links von der Kammer kann dauerhafte Schäden wie die Vaporisierung hervorrufen ja hier jetzt mal kurz als Beispiel wie das passieren kann das Vaporisieren mit WIG Vaporub Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers doch die Energiekapsel von Apatür Science links von der Kammer kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen unglaublich Sie Subjektwohnort her sind wohl der Stolz von Subjektwohnort her na komm komm ich will ein bisschen näher ran hier na muss reichen ich höre da jetzt gerade das ahhh hei 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 wie komm ich denn da ran wie komm ich da bloß ran da unten stehe ich ja hmm ups nochmal da ist das Radio dann muss ich jetzt nach rechts uh da ist es auch komm ich da ran ach verdammt na komm komm her komm zu Babi komm 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 ja bei Fuß ja wo ist das Radio da ist das Radio so und hier ist die Übertragung da haben wir schon neun von 26 700 hat die Wischung leer aufm Kopf wo ist es denn hin ähm da dee 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 ok ok gut bis jetzt ist es ja noch recht einfach es gibt aber bestimmt ein paar Level in denen ich etwas scheitere bis jetzt habe ich das ja auch schon vorher aufgenommen gehabt und dann auch wieder nicht und so ganz normal Warnsignale sind für alle mobilgeräte Vorschrift Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert gut jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse ja wo ist das Gerücht ja wo ist das Gerücht laufen 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 ja kommt das aber auch mal da ist es ja so jetzt noch kurz gucken wo ist mein Radio da ist es nicht da scheint es nicht zu sein da scheint es nicht zu sein hier ist es nicht hm wo versteckt ihr mein Radio muss ich ganz kurz hier nochmal gucken wo das Radio versteckt ist hier nicht ähm Radio spiel ich mit mir hm hm warum die denn hier das Radio versteckt es sollte doch eigentlich in jedem Level ein Radio geben da oben scheint das aber nicht zu stehen mal kurz gucken wenn wo das Radio ist dann das ist halt hier mal ohne Radio gut sein hm es gibt vielleicht kein Radio hier mal kurz hier gucken scheinen aber nicht zu sein ich höre auch nicht also durch da Ah, ich weiß, hab ich gar nicht geguckt, in welchem Level wir schon sind, ich jetzt mal irgendwas mit 7, gleich 8, müsste man gucken, und es lädt wieder Daten.